herzliche grüße aus uganda wir wollen euch heute segnen mit einer botschaft die euer herz erfrischt und zwar möchte ich sprechen über die treppe der demut die wir hinabsteigen müssen wir alle betrachten stolz als die wurzelsünde ja wir erheben uns über gott über seine über seine gebote über seine ansichten und wenn dem so ist wenn stolz die wurzelsünde ist dann ist demut die wichtigste voraussetzung dafür dass wir uns für gottes geistlichen segen qualifizieren können also die wunderbare einladung christi zu einem leben im überfluss an jesus sagt er bin ich bin gekommen damit ihr das leben habt und das leben in fülle schließt diesen grundwert der demut ein wir lesen davon in matthäus 11 28 bis 30 wo jesus uns folgende weisheit gibt kommt alle zu mir kommt alle zu mir die ihr mühselig und schwer beladen seid und ich werde euch ruhe geben nehmt mein joch auf euch und lernt von mir denn ich bin sanftmütig und von herzen demütig und ihr werdet ruhe finden für eure seelen mein joch ist leicht und meine last ist leicht ihr lieben das ist der schlüssel zu einem glücklichen freude erfüllten und gesegneten leben der andrew murray ein mann gottes der die geheimnisse gottes sehr tief erkannt hat hat diese rolle der demut erläutert hier in seinen worten jesus lehrt uns wo wahre demut ihren aufstieg nimmt und ihre kraft findet in dem wissen dass es gott ist der alles in allem wirkt dass es unsere aufgabe ist ihm in vollkommener resignation und abhängigkeit nachzugeben in voller zustimmung nichts von uns selbst zu sein und nichts zu tun das ist das leben zu dem christus gekommen ist um es zu offenbaren und zu vermitteln ein leben für gott das durch den tod zur sünde und zu sich selbst gekommen ist wenn wir das gefühl haben dass dieses leben zu hoch für uns und unerreichbar für uns ist muss es umso mehr muss es uns umso mehr drängen es in ihm zu suchen es ist der innewohnende christus der in uns dieses leben wird sanftmütig und demütig ja ich glaube die welt denkt ich mich meiner mir herr segne doch uns für ich ist im zentrum aber im reich gottes heißt es christus in mir die hoffnung auf herrlichkeit und unser tägliches brot hat dieses beispiel der demut angesprochen bucker ich lese euch jetzt eine geschichte vor die mich sehr bewegt hat bucker t washington der renommierte schwarze pädagoge war ein herausragendes beispiel für diese wahrheit den wert der demut kurz und übrigens demut heißt nicht sich selber klein machen sondern gott groß machen kurz nachdem er den vorsitz des tuskega instituts in alabama übernommen hatte ging er in einem exklusiven stadtteil spazieren also von einer wohlhabenden waisenfrau angehalten wurde und da sie den berühmten mr washington nicht vom sehen erkannte fragte sie ihn ob er für sie ein paar dollar mit holzsacken verdienen wolle da er im moment keine dringenden geschäfte zu erledigen hatte lächelte professor washington krempelte die arme hoch und machte sich an die bescheidene arbeit um die sie gebeten hatte als er fertig war trug er die holzscheite ins haus und stapelte sie am kamin ein kleines mädchen erkannte ihn und verriet der dame später seine identität nun mögen wir diese episode als extrem empfinden doch dieser bescheidene wissenschaftler glaubte gottes wort das verspricht dass wenn wir uns unter der mächtigen hand gottes demütigen er uns zur gegebenen zeit erhöhen wird das lesen in den ersten betrus 5 6 die geschichte ist damit doch nicht zu ende am nächsten morgen suchte die verlegene frau den herrn washington in seinem büro im institut auf und entschuldigte sich ausgiebig das ist völlig in ordnung madame sagte er gelegentlich genieße ich ein wenig handarbeit außerdem ist es immer eine freude etwas für einen freund zu tun sie schüttelte ihm warme die hand und versicherte ihm dass seine sanfte und gütige haltung ihn und seine arbeit in ihrem herzen lieb gewonnen habe nicht lange danach zeigte sie ihre bewunderung indem sie einige wohlhabende bekannte überredete sich ihr anzuschließen und dem tuskega institut tausende von dollar zu spenden gott belohnte diesen mann gottes den mann gottes für seine demut reichlich indem er seine wissenschaftliche arbeit aufblühen ließ ihr lieben in sprüche 22 4 heißt es der lohn der demut und gottes furcht also das ist eine konsequenz von dem und gottes furcht die kommen wird und dem und heißt eben gott groß machen und gottes furcht heißt gott respektieren und der lohn der demut und gottes furcht ist reichtum ehre leben ich garantiere euch das wird gott tun du musst nur dich gott zur verfügung stellen und zwar für alles was er für dich vorbereitet hat einfach ihm zur verfügung stehen nicht ihm anordnungen geben sondern sagen herr hier bin ich noch mit mir was du willst wie du willst wo du willst dass mich deine guten werke erkennen die du täglich vorbereitet hast und darin in demut wandern aber setz mich zum segen lass mich deinen namen verherrlichen und schenk mir freude diese welt nicht geben und nicht nehmen kann und da gibt es noch einen biblischen bericht von einem mann der heißt namann es wäre ein bemerkenswertes beispiel für die notwendigkeit von demut namann musste eine treppe der demut hinabsteigen bevor er heilung fand dieser militärische führer von aram war an der unheilbaren krankheit lepra erkrankt als ein israel israelisches dienstmädchen von der wundersam wirkenden kraft des propheten elisa zeugnis ablegte hörte namann auf ihren rat dies war sein erster schritt auf der treppe der demut als der könig von aram nahm man mit geschenken und anweisungen zur heilung namens zum könig von israel schickte zerriss könig joram unter qualen seine gewänder er wusste dass die bitte menschlich unmöglich zu erfüllen war als elisa vor dem dilemma des königs erfuhr sandte er eine botschaft warum hast du deine kleider zerrissen bitte lass ihn zu mir kommen und er soll wissen dass es in israel einen propheten gibt das lesen wir im zweiten könig auf dem wort namens nächster schritt auf der treppe der demut war dass er zu einem propheten gesiegt werden sollte anstatt vom könig behandelt zu werden ein weiterer schritt nach unten erfolgte als der prophet anweisungen von seinem diener gehasi erhielt anstatt ihm das eine persönliche audienz zu gewähren die letzte stufe der demut war seine schwierigste die anweisung des propheten lautete geh hin und wasche dich siebenmal im norden und dein fleisch wird dir wieder gegeben und du wirst rein sein dieses heilmittel war für den syrischen befehlshaber absurd niemand wurde wütend namen wurde wütend ging weg und sagte ja ich sagte mir er wird sicher zu mir herauskommen und aufstehen und den namen des herrn seines gottes anrufen und seine hand über den ort schwenken und den aussatz heilern sind nicht die abana und die parfa die flüsse von damaskus besser als alle wasser israels könnte ich mich nicht von ihnen waschen und rein sein da wandte er sich um und ging wutentbrannt weg sein stolz war ihm noch im wege glücklicherweise konnte sein diener mit ihm über seine weigerung sprechen mein vater wenn der prophet ihr gesagt hätte du sollst etwas großes tun hättest du es dann nicht getan wie viel mehr dann wenn er zu dir sagt wasche dich und sei sauber na man wollte unbedingt geheilt werden also ließ er seinen stolz und seine vorgefassten meinungen los und gehorchte dem propheten gottes so ging er hinab und tauchte sieben mal in den jordan wie es der mann gottes gesagt hatte und sein fleisch wurde wieder hergestellt wie das fleisch eines kleinen kindes und er war rein dies brachte den namen auch dazu einen wahren und lebendigen gott zu glauben dessen kraft ihn geheilt hatte und er kehrte zu dem mann gottes zurück und er und alle seine helfer und kam und stellte sich vor ihn und er sagte ja jetzt weiß ich dass es keinen gott auf der ganzen erde gibt außer in israel wie namen leiden heute auch sehr viele menschen unter lebensbewältigenden problemen zögern aber sich zu erniedrigen um gottes heilmittel zu erhalten vielleicht blicken sie auf die person herab die von der macht christi zeugnis ablegt namen hörte jedoch auf seine dienerin die eine ausländische sklavin war einige werden nur von der hilfe an von denen hilfe annehmen die die welt als experten anerkennt das heißt von ärzten psychiatern psychologen professionellen beratern die heilung namens wurde jedoch vom könig von israel gewährt andere gehen aus dass eine langzeit therapie die einzige möglichkeit ist sich von chronischen persönlichen problemen zu erholen oder eine impfung als namen hat den propheten nicht einmal aber namen hat namen hat den propheten nicht einmal persönlich gesehen bevor er auf wunderbare weise geheilt wurde ihr lieben eine einige der effektivsten jüngerschaftsberater sind laienhafte männer und frauen die demütige mitfühlende geisterfüllte diener gottes sind wenn sie darin geschult worden sind das grundproblem das selbst leben und die endgültige antwort das christus leben zu erkennen kann der heilige geist der wunderbare ratgeber sein und frieden und freiheit in das herz des kämpfenden gläubigen bringen möchte ich euch jetzt ein paar schriftstellen vorlesen die das ganz klar machen dass es darum geht dass wir christus empfangen und und durch uns leben lassen und dass wir ihm raum geben indem wir selbst enttoden im galater 2 20 schreibt der paulus ich bin mit christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich sondern christus lebt in mir was ich aber jetzt im fleisch in diesem körper hier lebe lebe ich im glauben und zwar im glauben an den sohn gottes und manche übersetzungen sagen sogar im glauben des sohnes gottes der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat und an dem punkt glaube ich steht die gesamte christenheit der welt einige kaleps und joshuas haben den jordan schon überquert aber viele millionen laufen in der wüste herum immer im kreis verletzten sich immer an den selben steinen und die nummer eins krankheit zur zeit in dieser welt und der menschen sternen ist herzversagen herz kreis lauf versagen ich glaube das hat zu tun mit unserer herzenshaltung denn in der wüste sind wir an uns gebunden laufen immer im kreis meckern raunzen wohnen schimpfen schnurren und leben unter einem geist der angst aber die sprache gottes ist glaube die sprache des teufels ist angst 2 korinther 3 18 wir alle aber schauen mit aufgedecktem angesicht die herrlichkeit des herrn an und werden so verwandelt in dasselbe bild von herrlichkeit zu herrlichkeit wie es dem herrn wie es vom herrn dem geist geschieht im 2 korinther 5 17 daher wenn jemand in christus ist so ist eine neue schöpfung das alte ist vergangen siehe neues ist geworden johannes 8 31 und 32 jesus sprach nun zu den juden die ihm geglaubt hatten wenn ihr wenn ihr in meinem worte bleibt so seid ihr wahrhaftig meine jünger und ihr werdet die wahrheit erkennen und die wahrheit wird euch freimachen amen es ist so einfach aber trotzdem so schwierig weil wir nicht die kontrolle loslassen wollen über unser leben wisst ihr gott möchte nicht dass wir alles in unserem griff bekommen sondern er will uns in den griff bekommen ja zum beispiel die korridin boom berichtet über ein beispiel des indischen wanderevangelisten sunda sing er bestand den test der lobpreisung sie schreibt als ich sadhu sunda sing in europa sah hatte er eine tournee um die welt hinter sich die leute fragten ihn schadet es nicht dass du so viel ehre bekommst die antwort des sadhu lautete nein der esel ging nach jerusalem und sie legten vor ihm kleid auf den boden er war nicht stolz er wusste es geschah nicht um ihn zu ehren sondern für jesus der auf seinem rücken saß wenn menschen mich ehren weiß ich dass nicht ich es bin sondern der herr der die arbeit tut ich kann nur ein volles amen dazu geben sadhus biografie und sein hingebungsvolles schreiben bezeugen dass er einen intimen persönlichen weg mit gott gegangen ist und john flabel sagt diejenigen die gott kennen werden demütig sein und diejenigen die sich selbst kennen können nicht stolz sein ein wahres wort so also diese wichtigen lektionen werden jetzt im alten und neuen testament wiederholt denn so spricht der hohe unterhabene der die ewigkeit bewohnt dessen name heilig ist ich wohne in einem hohen und heiligen ort mit ihm der einen zerknirschten und demütigen geist hat um den geist der demütigen wiederzubeleben und das herz der zerknirschten wiederzubeleben in jesaja 57 15 dann im jesaja ja im verersten betrus 5 5 seid bekleidet mit demut denn gott widersteht den stolzen aber den demütigen gibt er gnade und ich sag's euch wir beten sehr um gnade für alle stolzen in unseren tagen die ihre ganze sicherheit in dem system dieser welt suchen und nicht alleine in gott der missionar harzen taylor der die radikale kapitulation und die abhängigkeit von christus als das ausgetauschte leben bezeichnete sollte vor einer großen presbyterianischen kirche in melbourne in australien sprechen der moderator des gottesdienstes stellte den missionar in eloquenter und glühender weise vor er erzählte der großen gemeinde alles was taylor in china erreicht hatte und stellte ihn dann als unseren illustren gast vor taylor stand einen moment lang still und er öffnete dann seine botschaft mit den worten liebe freunde ich bin der kleine diener eines erlauchten meisters wo befindest du dich und ich mich auf dieser treppe der demut stecken wir doch auf der obersten stufe wie wäre es wenn wenn wir diese treppe hinunter gingen und uns vor gott demütigen würden dann könnten wir das zeugnis von johannes dem täufer wieder heimlassen als er die nachricht erhielt dass die jünger christi mehr menschen taufen als er antwortete johannes ein mensch kann nichts empfangen wenn es ihm nicht vom himmel gegeben ist er muss zunehmen aber ich muss abnehmen mein slogan ist an gottes segen an gottes kunst an gottes segen ist alles gelegen ja dann gibt es noch von einem äh äh wenn nicht stolz auf unsere eigene kraft unsere eigene güte unsere eigene weisheit ja also ihr lieben ich rate euch betet dass der herr euch in ein leben der demut führt denn die demut ist die anfang der weisheit ja die gottesfurcht ist der anfang der weisheit aber gott schenkt dem demütigen gnade dem stolzen dem selbstgerechten stellt er sich entgegen und ich glaube wir werden da in den nächsten zeiten noch einiges erleben bete dass gott dich in ein leben der demut führt und du wirst sehen die liebe die gnade das wohl wohl gottes wird dich jeden tag erstaunen und mit freude erfüllen herzlichste grüße aus dem fernen uganda aus dem fernen aus dem fernen aus dem fernen aus dem fernen aus dem fernen